Das Vorarlberger Bierunternehmen mit dem Einhorn. Wir gratulieren Vorenburger herzlichst zum 130-jährigen Betriebsjubiläum. Sagen aber auch ein Dankeschön, denn die waren ein wichtiger Werbepartner bei der Jäger-Ski-Weltmeisterschaft. Wir trinken gerne mal ein Bierchen, wir Österreicherinnen und Österreicher. Wussten Sie, wieso dem so ist? Wieso wir Österreicher gerne Bier, die Schotten gerne den Whisky, die Russen gerne den Wodka und die Engländer gerne den Gin trinken? Man will die Nationen ja schließlich an den Fahnen erkennen.